Auf der Bahn 4 die U20, Europameisterin mit der Staffel, die deutsche Jugendmeisterin des Jahres 2009 und des Jahres 2010 vom VfL Oldenburg, Ruth-Sophie Spellmeier. Auf der Bahn 5, das ist Carlotta Bucke von ABC Ludwigshafen. Auf der Bahn 6, Sarah Jeppel vom Dresdner SC 1898. Auf der Bahn 7, Alice Schneider, LRZ, Puma, Trostov, Siegburg. Und ganz außen auf der Bahn 8, das ist Kilku, Nina Schmidt vom Leiche-Bediktiv der Deutschen Sportforschule Köln. So, erster Vorderung über 200 Meter der Juniorinnen auf der Bahn 4, Ruth-Sophie Spellmeier auf der Bahn 5. Carlotta Bucke, aber Ruth-Sophie Spellmeier läuft das hier. Sicher alle Arme, 24.13 Uhr für Sie, Ihre Siegzeit aus.